Sie ist die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Das Miniaturprojekt der Superlative. Kann man schon ein bisschen als Wahnsinn bezeichnen. Und eine der beliebtesten Attraktionen in Hamburg. Da wusste ich, das wird eine Weltsensation. Wir gehen mit den Erschaffern hinter die Kulissen und zeigen die Tricks, die die Modellbahn immer weiter wachsen lassen. Das ist ein Märchen. Die Modellbauer, das Miniaturwunderland. Samstag, 20.15 Uhr in Doppelfolge. Auf DEWAX.